Ganz frisch hier die Regensummen vom deutschen Wettermodell Icon vom Null-Urlauf und wir sehen, es könnte nass werden. Die Betonung liegt auf, es könnte nass werden. Im Nordosten 60 bis 80 Liter Regen pro Quadratmeter, hier im Westen 40 bis 50 Liter Regen pro Quadratmeter und auch hier im Osten, da könnte es richtig nass werden. Das sind die Regensummen bis Montag in einer Woche. Ob es wirklich so kommt, ob der Herbst sich dauerhaft einstellen wird, das schauen wir uns hier in diesem Wettervideo an. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Montag hier bei wetter.net. Heute und morgen wird es nochmal richtig heiß, Temperaturen in der Spitze 30 bis 32 Grad, dann zum Mittwoch zum Teil heftige Schauer und Gewitter und zum Donnerstag wird es langsam kühler. Wie lange diese kühle Wetterphase erhalten bleibt, das schauen wir uns gleich an. Dann wahrscheinlich gar nicht mal so lange. Wir blicken auf die Regensummen im Vergleich zum amerikanischen Wettermodell mal hin und da sehen wir ebenfalls die Regensummen bis zum 12. September, bis nächste Woche Montag, aber deutlich weniger Regen hier im Nordosten und im Osten als eben noch beim deutschen Wettermodell gezeigt worden ist. Hier auch im Westen so 40 bis teilweise 50 Liter Regen pro Quadratmeter. Es gibt also weiterhin sehr große Unsicherheiten. Heute auch mal wieder zwei ausgewählte Kommentare, zwei sehr nette Kommentare, vor allem der erste von Alexander. Er schreibt, klasse Video, ich schreibe nicht jeden Tag Kommentare, aber ich schaue jeden Tag eure Videos. Bester Wetterbericht, es haut zu 90 Prozent, immerhin macht weiter so. Das freut uns Alexander, vielen Dank für das Lob. Und Hans Wurst seiner Mutter schreibt, für das Wetterphänomen Regen gab es doch einen Schirm. Kann mir einer sagen, wie das Ding nochmal hieß? Vielleicht könnt ihr ja Hans Wurst seiner Mutter nachhelfen, denn diesen Schirm, den könnten wir vielleicht in den kommenden Tagen mal vorübergehend öfters gebrauchen. Und das Tief Peggy, das pumpt uns in den nächsten Tagen nochmal sehr warme Luft hier von der iberischen Halbinsel über Frankreich zu uns nach Deutschland. Peggy wird zur Heißluftpumpe und deswegen gibt es heute nochmal einen sehr, sehr warmen bis heißen Tag. Im Norden 22 bis 28 Grad, am Rhein 30 bis 31 Grad, am Oberrhein zum Teil bis zu 32 Grad. Heute gibt es 12 bis 14 Sonnenstunden, nur im Norden und Osten sind teilweise ein paar mehr Wolken unterwegs. Nach Süden dagegen, da scheint immer wieder sehr lange Zeit die Sonne vom Himmel herab. Ja und dann in der kommenden Nacht zum Dienstag. Gibt es vielleicht am frühen Dienstagmorgen im Westen schon das erste Gewitter oder einen Schauer, ansonsten trocken. Doch hier und da ziehen Wolken vorüber. Die Temperaturen liegen morgen früh bei 19 bis 11 Grad. Also teilweise im Westen ist es eher eine sehr warme Nacht zum Dienstag hin. Der Dienstag dann im Westen nochmal sehr warm bis heiß bis zu 32 Grad. Im Rhein-Main-Gebiet ansonsten 22 bis 28 Grad. Das Ganze bei einem Mix aus Sonne und Wolken. Und zum Nachmittag gibt es hier aus Westen neue Schauer und Gewitter zum Teil relativ kräftig. Besonders heftig wird es dann am Mittwoch werden. Verbreitet Schauer und Gewitter ziehen aus Westen heran mit Starkringen, Hagel, Sturmwöhen. Unwetterpotenzial bis zum Abend kommen diese Schauer und Gewitter auch hier im Osten an. Die Temperaturen erreichen am Mittwoch 23 bis maximal 29 Grad. Vielleicht am Rhein auch knapp nochmal die 30 Grad. Also vielleicht drei Hitzetage in Folge entlang des Rheins. Donnerstag, Freitag, Samstag. Es wird deutlich kühler, wechselhafter. Am Donnerstag viele Wolken. Immer wieder Schauer und Gewitter bei 19 bis 24 Grad. Der Freitag 19 bis 25 Grad. Im Norden und im Süden zeitweise Sonnenschein. Mittendrin einzelne Schauer und Gewitter. Und der Samstag sehr durchwachsen. Viele Wolken, Regenschauer gerade mal noch 16 bis 23 Grad und dazu auch ziemlich windig. Und wie geht es weiter? Am Sonntag der Tiefpunkt. Nur noch 14 bis 20 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen wohlgemerkt. Viele Wolken, zeitweise Regenschauer. Und auch der Montag noch wechselhaft bei 15 bis 21 Grad. Ab Dienstag könnte es dann aber wieder freundlicher werden und sonniger. Und auch deutlich wärmer mit Temperaturen um 20 bis 25 Grad. Ist das vielleicht der Altweibersommer? Gleich mehr dazu in der Ensemble-Vorsage. Wir gucken noch mal genau hin auf die Wetterentwicklung. Morgen früh, wie gesagt, da sind im Westen erste Schauer und Gewitter möglich. Zumindest in der ganz frischen Prognose vom deutschen Wettermodell. Und wir schauen auf den Dienstagnachmittag, beziehungsweise die Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Da gibt es neue Schauer und Gewitter hier im äußersten Westen. Da kommt ein Gewittertief herangezogen. Und da kann es zum Teil in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Westen in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz, im Saarland, in Hessen, in Baden-Württemberg ordentlich scheppern. Da kann einiges vom Himmel runterkommen. Und der Mittwoch selbst bleibt insgesamt wechselhaft. Auch Schauer und Gewitter hier im Norden von Deutschland zum Teil mit Starkregen durchsetzt. Ja und dann, der Donnerstagvormittag, da kommt eine neue Wetterfront herangezogen. Ein neues Gewitter und Schauertief erreicht den Westen Richtung Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, das Saarland, Baden-Württemberg zum Teil mit kräftigen Regengüssen. Und das Ganze zieht dann am Donnerstag einmal über Deutschland hinweg. Die wechselhafte Wetterlage wird dann so voll eingeleitet oder besser gesagt eingeläutet. Und die Höchstwerte am Sonntag, naja, das sind teilweise die Nachtwerte gewesen in vergangenen Tagen. Stellenweise nur 13, 14 Grad am Sonntag bei uns in Landesteilen, in einigen Landesteilen im Osten und im Norden nochmal bis zu 20, 21 Grad. Das Höchste der Gefühle, aber da ist so ein Tiefpunkt am Sonntag sehr wahrscheinlich. Und wir schauen auf die Ensemble-Prognose und da sehen wir auch den aktuellen Wärmeberg. Hier ist er, danach wird es kühler Richtung kommendes Wochenende. Aber wir sehen hier schon wieder einen neuen Wärmeberg, der sich langsam andeutet. Und dazu lassen die Regenfälle auch schon wieder spürbar nach, nach hinten hin. Da wird es insgesamt dann doch ein bisschen trockener schon wieder und der große Regen lässt ziemlich rasch nach. Vielleicht schon wieder die Wetterumschwemmung Richtung Altweibersommer. Es bleibt spannend. Wir blicken nach Westdeutschland auf die Temperaturen in 2 Meter Messhöhe. 25 bis 30 Grad, es wird dann langsam kühler. Und auch hier gilt, ab dem 17. und 18. September ist noch eine große Unsicherheit vorhanden. Einige Läufe gehen schon wieder Richtung 25 und 30 Grad Marke. Und die Regenfälle lassen hinten raus auch schon wieder deutlich nach. Wir blicken nach Ostdeutschland bis zum 20. September. Auch hier relativ ähnlich zunächst diese Abkühlung nach Temperaturen über 25 Grad. Aber dann könnte es langsam wieder etwas wärmer werden. Und nach hinten, da lassen die Regensignale doch schon wieder deutlich nach. Also großer Regen, der die Dürre dauerhaft beenden könnte, ist wahrscheinlich erstmal nicht in Sicht. Es gibt zwar Niederschlag, aber es ist deutlich zu wenig, um die große Dürre beenden zu können. Auch in Süddeutschland bis zum 20. September. Zunächst der Wärmeberg in den kommenden Tagen. Dann wird es kühler. Wir liegen aber meist um das Klima mittel herum in 1500 Metern Höhe. Und dann schon wieder die Andeutungen eines neuen, kleineren Wärmebergs ab dem 13. und 14. September. Und dann lassen hier Schläge auch langsam nach. Zum Schluss der Blick in die Landesmitte hinein. Auch hier Regenfälle. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und dann lassen die Regenfälle ziemlich schnell wieder nach. Und dann beginnt die Unsicherheit. Im Mittel kommt auch hier der Wärmeberg zum Tragen. Viele Ausreißer Richtung 20 Grad Marke in 1500 Metern Höhe. Wir müssen abwarten. Also ich gehe nicht davon aus, dass es dauerhaft der Vollherbst sein wird. Vielleicht bis zum Sonntag. Aber ab Montag, Dienstag nächster Woche, da werden die Karten vielleicht schon wieder neu gemischt werden. Und das ist weiterhin die Prognose von der NOA für den September 2022. Die Temperaturabweichung ziemlich frisch im Norden und im Osten von Europa. Aber hier in Deutschland 0,5 bis 1 Grad zu warm. Teilweise im Westen und im Süden 1 bis 2 Grad wärmer als das Klima mittel der Jahre 1991 bis 2020. Es bleibt also spannend, der große Temperatursturz auf Dauer. Da ist noch ein Fragezeichen dahinter. Ja, es wird kühler. Ja, es wird wechselhafter. Aber ob das alles ausreicht, um die große Dürre zu beenden, ich wage es mal zu bezweifeln. Das war es vom Wetter. Später gibt es ein Update. Tschüss, bis bald.